Lass mal die Zupulente hin hier. Ah, Moment. Die ist grad neben mir gespawnt oder was? Guten Tag. Hallo Herr Polizei. Oh, hallo Leute, ich bin bei euch. Felix ist nicht gerade ausgefahren. Aua! Bin direkt hier zu wo? Kann ich hier irgendwo, da kann ich gar nicht springen, wa? Fangen wir mal da rüber. Autsch. Lol, wie sie an der Brücke stehen bleiben, ich werd nicht wieder. Das ist der übelste Quatsch. Oh, da kommen Leute entgegen, hallo. Ja, wenn du ins Wasser fällst, gut. Ja, stimmt. Ja, war ja. So, H2, ups. Du musst zur anderen Seite, falsch Junge. Entschuldigung. Wir Brückenfahrt hilft übrigens auch häufiger mal, die bleiben gern mal an den Brücken hängen. Bleib stehen, bleib stehen für dich, fahr geradeaus. Ich bin gleich bei dir. Ich bin gleich bei dir. Wieso ein bisschen an Tempo zu groß sind, nicht zu sehr. Ich bin gleich bei dir. So, ein bisschen an Tempo zu groß sind, nicht zu sehr. Fahr. So, auf zu den Drucks. Da ist ne Sprungschanze in die Fahrt. Ah ne, das ist die Sprungglanzer. Okay, sehr schön. Oh. Ich glaube, ich bin bei euch. Ich fahr gerade in eure Bullen hinter euch rein. Au. Wir haben nur so 6, 7, 8. Ja. Ich bin gerade dummerweise gesprungen und dann direkt da hinten war ne Palente. Wenn ich aber frontal rein bin dann. Fack, fack, fack. Ich bin im Wagen gegangen. Meinsam muss ich abkühlen, weil es heiß ist im Heat. Entschuldigung. Ben, ich bin rechts von dir. Fahr mal links. Jooo. Das war knapp. Felix ist ja irgendwie auf der Brücke hängen geblieben. Ja. Das ist jetzt dein Ende. Das, 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 das. Das, 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 das. Das, 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 das. Das, das, das. Nice. Schön parallel, Felix. Hallo. Sorry. Ich hab mir ja noch was ein. Entkommen. Sehr schön. Ich sag ja, Sprungschanzen hätte enorm bei dir. Äh, stimmt. So. Drei mal ganz geil. Bist du so kaputt, ja? Das, ja. Ich hab Polizei. Hol doch Polizei. Ich hab Polizei. Ich hab nur gleich wieder Polizei. Also da ist noch ein Dekel zum einsammeln. Sehr schön. Ich hab aber gar keine Polizei tatsächlich. Hab gelogen. Polizei im Arsch. Dämlich von rechts. Und hier. Jetzt jemand durch die Tanke durch. Und gleich von hinten. Ich fahr wieder zurück zum... Polizei. Hier geblieben. Einfach den Sirenen nach, Leute. Naja, das ist... Ach. Du bringst die gerade mit. Okay, I got it. Ich bin hier drei geworden gerade. Hey, was geht ab? Der Polizeifuck ist die Hölle los. Im Polizeifuck ist die Hölle los. Okay, die Brücke nehmen wir sogar mit tatsächlich. Ganz normal. Interessant. Und die Schanz auch. Äh, Felix, du fährst mir hinterher. Sehr schön. Distanz 9 Meter. Sehr schön. Jetzt ist das geil, wie wir hier gerade fahren. Jetzt können wir was erleben. Ne, ne. Tschüss. Heee. Ein Cop gecrashed. Vollkommen am Ende des Zentrales. Aber ich glaube, ich bin jetzt noch nicht los. Da sehe ich, weil da noch einer ist. Links von mir. Ne, doch noch nicht. Doch, ich bin jetzt ein Com. Ich bin hier drei. Ich würde jetzt zu... Versteck fahren. Da ist das nächste Versteck. Ja. Oh Gott. Ähm. Du hast noch jemanden am Arsch. Jetzt habe ich eine Verfolgungsjagd. Dankeschön, Felix. Danke. Fahr mir halt hinterher, wenn ich mich dann irgendwo in die Ecke setze. Oh Mann, ey. Hier überall nur Polizei ist, weil hier alle an der gleichen Stelle rumfahren, ey. Oh. Ähm. Da kommt ein Killswitch für mich. Wo komme ich denn hier hin eigentlich? Ähm. Ich bin verwirrt. Wo bin ich hier? Mami. Keine Ahnung, was das hier alles ist. Oh, wach. Oh, oh, oh Gott. Oh. 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 Ja, okay. Okay. Hier gibt es Sprungschein an vielen Stellen. Das ist ja geil. Auf dem Balkon, alles klar. Jo, wir brauchen halt nur noch einen Moment. Ich muss jetzt nochmal hier den Typen loswerden. Ja. 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 Du kannst aber in die Garage nicht rein, wenn du verfolgt wirst. Ja, ist mir klar. Aber ich hab's ja abgehangen. Achso. Und dann. Ich hab' den Kopf gecrashed. Alles ob. Ich hab' den Kopf gecrashed. Ich bin ein Koma. Fuck. Ja. Geschafft. Danke euch. Bitteschön, ich muss nur noch loswerden, ich bin noch in 3. Du hast wahrscheinlich tonnenweise Sachen freigeschaltet für die Verfolgungsjagd. Ich hab mir nicht abgegeben, ja? Spann dich mal, ich hab mir nicht abgegeben, ja. Oh Gott, was passiert hier? Aber Strand ist scheiße. Oh nö, hier komm ich nicht hoch. Mein Kopf gecrashed. So, ich bin entkommen, jawoll. Das muss nur noch irgendwie... Fahr mal bitte den AMG jetzt. Ja. Nehmen wir den AMG. Wenn wir nach draußen, das heißt, wenn ich H3 durch ein Rennen, dann starte ich mit dem H3 Rennen für uns. Ich glaube, die H3 Rennen sind alle zu hoch im Leistungslevel für uns tatsächlich. Das ist zwar eine nette Idee, aber wie gesagt, die H3 Rennen sind glaube ich alle zu hoch im Leistungslevel für uns. Außer Felix, weil Felix immer noch kein Geld hat, hauptsächlich. Nein! Polente! Hau'n sie ab! Hau'n sie ab! Ich will nicht! Ich muss noch in die... noch alles abgeben. AMG top, AMG top. Beste deutsche Wertarbeit. Alter, schwer. Oh, Flamingo. Flamingo nehm ich noch mit. Flamingo? Flamingo! Welches Level ist denn dein AMG? Aber ich bin jetzt gerade am 110, glaube ich. Okay. Ich nicht nach dem, der erst startet. Ah, wusste ich nicht. Oh lol. Wusste ich nicht, dass der Leistungslevel vom Heat sich nach dem startet... So, ich reparier mal sicherheitshalber. Alter! Die Bullen gehen halt richtig auf den Sack gerade. Richtig auf den Sack gehen die mir! Mama! Lass mich doch in Ruhe! Ach, fuck! Off! Wie war das, ihr wollt dann jetzt Tag fahren wieder? Ich wollte... ich muss erstmal wieder loswerden hier. Ich feier immer noch keinen Tag. Bei Felix war, wo ich es abgehängt und quasi in der Garage war, ist er halt an mir vorbeigefahren mit Polizei. Ich höre gar den Polizeifunk aus und glaub mir, da draußen wird es helft nicht! So, vom Leistungslevel her, ich bin halt jetzt auf Heat 4, ich muss erstmal hier irgendwie jetzt rauskommen. Sind wir halt übel gecrasht, mal wieder. Wenn wir jetzt nochmal in der Nacht joinen würden, also mir wäre es ja egal, könnte ich da seine Bullen spotten, weil ich hab eh nur irgendwelche... Ich weiß nicht, was da kannst du. Penny, soll ich dir helfen? Nein, ich schaff das schon. Muss man halt erstmal wieder wo hinkommen, wo ich sie gut abhängen kann. Ich bin tatsächlich einfach nochmal den Topf lang geboren. Ja, 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 ich weiß, ich muss halt nochmal gucken, wo sowas ist. Ey, ne, 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 ne! Scheiße! Das wird kacke. Wir kommen ja nicht raus, wahrscheinlich. Oh, meine Reparatur! Repariert. Puh, jetzt hab ich nur noch eine Reparatur übrig. Oh, du bist fast die 5. Ich hab grad'n Nagelbahn mitgenommen. Seemst legit. Der kommt mir grad so noch in die Tankstelle retten. Lass meine Nagelsperren weg, ihr blöden Polizistenhunde. Oh nein, nicht auf die Wiese. Ah, ich darf halt wirklich nicht auf die Wiese fahren mit dem Wagen. Ne, dann wär ich so langsam, dass ich nirgendwo mehr wegkomme von niemanden. Das mag er nicht so. Ich mag er gar nicht. Der Name passt irgendwie nicht so, obwohl's Grünzeug ist. Was zur Hölle? Ach so. Ja boah, aber richtig, ich will lachen. Also das war fast schon mein Niveau. Ich vergesse den Bänder, der heute müsste verschlafen. Das liegt natürlich daran, dass ich den Witz nicht verstanden hab. Nicht daran, dass es schlecht war. Natürlich. Genau. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Au! What the fuck? Da ist die Nagelbänder drin! Ich will keine Nagelbänder... Oh Gott, ich bin hier auf irgendeiner fucking Drecksinsel. Ich werd nicht los. Ah, Heech-Dube 10. G, G. Äh, Heech-Dube 5. Heech-Dube 10 wär krass. Boah, ich vermisse, der will du danach. Du bist Frau ab. Ich... Ich würd ja gerne! Ich hab nen Helikopter über mir. Das wird nix mit abhauen. Au! Da kommt der Rhino. Zum Glück wurde ich grade weggerammt. Vom Rhino, ey. Das ist problematisch. Oh! Ja, guten Tag. Hallo, wer ist denn da vorbeigefahren? Rhino nähert sich. Ähm... Ja... Ah, Rhino! Wir können hier wirklich mehr Einheiten gebrauchen und stärken und wagen ganz zu schweigen. Okay. Also, ja... Tut mir leid. Ich muss das hier irgendwie nach Hause fahren noch. Safe. Das gönne ich dir auch richtig. Das ist die Frage, was ich noch hinkriege. Ich hab vier Kopf hinter mir und wegfahren ist nicht mehr, weil die Jeopardy ist nämlich zu langsam für. Und eine... Au! Joe! Joe! Okay! Crashed euer Eichenwagen. Auch ne Option. Jach, fuck. Ich wollte eigentlich auf die andere Seite. Stress! Viel zu viel Stress! Bist du geschnappt oder wie? Nein, aber zu viel Stress. Zulere Reparatur noch? Keine mehr. Jetzt. Keine mehr? Juh! Zwei noch? Keine... Keine Reparatur noch? Nein, kenne ich nicht, das Meme. Au, da war der Rhino. Den hätte ich fast erwischt. Oh, ich entkomme. Ich entkomme. Jetzt muss ich nur noch nach Hause fahren. Halt, da ist ja schon eins. Stimmt, ich sehe das gerade recht von mir. Bitte. Alter, 69.000 Rap. Ich bin immer zu Hause. Das war doch eine solide Nacht. Welches Level jetzt? 2,19. Ja, ich habe richtig Spaß. Ich wollte ein Heat-3-Ding machen. Ich habe ein Heat-5-Ding draus gemacht. Von 16 auf 19. Okay. War nicht schlecht. Das hast du mir zu verdanken. Natürlich. Geh wir weg. Was. 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 Bis zum nächsten Mal.